Ja, willkommen auf meinem Kanal. Ich werde heute mal eine Van-Tour machen und euch meinen Ausbau zeigen. Ich bin Irene und dies ist mein selbst ausgebauter Van, in dem ich lebe, reise und als promovierte Psychologin und Online-Mentorin arbeite. Ja, was zu dem Auto noch zu sagen ist, von den technischen Details, das ist ein Mercedes Citan, genau, es ist ein 109 CDI, also ein Diesel mit 90 PS. Der ist baugleich mit Renault Kangoo, trotz des vielen Gewichts, was ja inzwischen dazugekommen ist durch den Ausbau, hat er eine total gute Straßenlage. Er ist behäbiger geworden, also man merkt schon Unterschied, aber es ist völlig angenehm. Also ich fühle mich sehr sicher und fährt sich sehr, ja, sehr toll, muss ich sagen. Auch in den Kurven eben, ich fahre hier ja ständig Kurven. Achso, es ist die einfachste Ausstattung, hat halt keine Klimaanlage. Und was super toll ist, er hat halt einen sehr geringen Verbrauch. Im Durchschnitt habe ich 5,0 bis 5,1 ungefähr auf 100. Und ich finde das einfach total cool, dass ich unauffällig mitten in der Stadt zwischen parkenden Autos übernachten kann und das fällt gar nicht auf. Ich kann halt keiner von außen nach innen gucken. Diese Scheibengardinen habe ich aus Schiebegardinen von Ikea genäht und man sieht, dass man davon quasi von innen durchgucken kann und die lassen auch Licht durch. Aber von außen kann man eben überhaupt nicht reingucken und die habe ich hier einfach so mit Magneten, die ich da eingenäht habe, angebracht. Das ist sehr einfach. Ja, und dann können wir mal nach drinnen schauen. Ja, willkommen in meinem Zuhause. Warum ich hier überhaupt drin lebe, das habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt. Das verlinke ich euch hier oben. Aber heute möchte ich gerne ein bisschen was zum Ausbau zeigen und erzählen. Ich habe das hier ja zum größten Teil wirklich auch alleine ausgebaut. Am Anfang hat mir mein Mann noch geholfen, bis das Projekt ein bisschen ausartete und so lange dauerte. Es hat nämlich, ja, ich glaube, gut zwei Jahre gedauert, bis es fertig war. Aber er hat mit mir diese Bettkiste gebaut, den Fußboden reingelegt und auch vor allen Dingen hier das Loch für die Dachhaube eingesägt und mit mir die Dachhaube zusammen eingebaut. Und noch so einige andere Dinge. Aber nachher diese Möbel und das habe ich wirklich dann selber gebaut. Das Einzige, was ich wirklich habe machen lassen, das ist der Einbau der Standheizung. Ich habe eine Webasto Standheizung, die ist unterm Auto verbaut. Und das habe ich bei Frank Kretschmer in Leipzig bei Autotronik machen lassen. Das hatte ich in einem Video von René Crea gesehen. Den kennen vielleicht die ein oder anderen von euch auch. Von ihm habe ich viele Ausbauvideos gesehen. Und bei Frank habe ich die Heizung einbauen lassen. Und was er netterweise auch gemacht hat, er hat mir den Ladebooster eingebaut und auch die Versorgerbatterie, damals war es noch eine AGM-Batterie, an die Starterbatterie angeschlossen. Und was er auch gemacht hat, er hat mir ein Loch in den Boden gebohrt für einen Abwasserschlauch, weil ich gerne meinen Abwasser direkt über einen Hahn und nach unten ablassen können wollte. Ja, lieber Frank, ganz lieben Dank, das war total hilfreich. Ja, zum Ausbau allgemein, was gibt es zu sagen? Ich habe das alles gedämmt mit 19 Millimeter Amaflex. Dann habe ich unten eine Siebdruckplatte reingelegt und darüber habe ich so einen Klick-Vinyl gelegt, weil Holz mir halt alles zu dick war, hätte ich lieber gehabt. Aber so war das halt die Alternative. Ja, hier in der Küche habe ich eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und das Herzstück, und so habe ich die Küche auch aufgebaut, dieser mittlere Teil, den habe ich als erstes gebaut. Und zwar eigentlich an diese Kühlschublade habe ich zwei Seitenwände geschraubt und das Ganze hinten mit der Karosserie verbunden. Die finde ich halt mega cool. Also diese Kühlschublade, die kommt, glaube ich, aus dem Yachtbereich. Die ist natürlich klein, aber für mich ist sie groß genug. Und was das Tolle war, da habe ich auch lange gesucht. Ich wollte nicht so eine Kühlbox, die man so nach oben aufmacht. Das Tolle an der ist, der Kompressor, der war eigentlich noch dahinter und den konnte man aber abnehmen und sozusagen extra verbauen. Und der ist halt unten drunter hier unter meinem Waschbecken in dem Schrank. Ja, und da drunter ist meine Besteckschublade mit diesen Holzeinsätzen fürs Besteck. Die liebe ich auch, ist einfach mega praktisch und übersichtlich. Da drunter ist meine Topfschublade und die ist von der Tiefe nicht so tief, weil dort der Radkasten ist. Aber es reicht total für eine Pfanne, für zwei Töpfe, für alles, was ich brauche. Und das Ganze habe ich halt mit diesen Verschlüssen gemacht, mit diesen Push-Locks gesichert und mit solchen Soft-Locken-Schubladenauszügen. Das war ziemlich, wow, kompliziert, das da alles reinzukriegen. Weil zu dem Ausbau, muss man sagen, hier in dem Auto ist ja nicht, es gibt ja keine geraden Wände. Und ich glaube, der Boden ist irgendwie auch noch schief geraten. Ich weiß nicht, wieso. Und da denn irgendwie so ein Möbelstück einzupassen, das war eine Riesenherausforderung. Und dann noch Schubladen zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier wirklich irgendeinen rechten Winkel gibt. Doch wahrscheinlich schon. Aber habe ich versucht hinzukriegen. Aber bei dieser einen Schublade, ich weiß nicht, da musste ich das echt ausgleichen. Aber weil das Ganze hier irgendwie auch noch so schräg ist, ist es in jeder Richtung hier irgendwie schief und krumm. Also daran sieht man auch, dass das halt kein Tischler oder Schreiner gebaut hat, sondern ein Laie. Ja, in dieser Schublade, ich habe sogar einen kleinen Eierkocher, weil ich habe halt viel Strom, aber wenig Wasser. Und hier drunter in der Schublade, da habe ich auch noch einen Toaster. Das ist auch, finde ich, ganz cool. Ich habe ja keinen Backofen. Und hier ist halt meine Induktionskochplatte drin mit so einem Auszug. Das ist auch echt mega praktisch. Also ursprünglich hatte ich das eigentlich geplant für einen Gaskocher. Der passt da auch rein. Also so ein Gaskartuschenkocher. Der ist aber jetzt hier in der Kiste. Das ist sozusagen nur meine Notfalloption. Oder manchmal stelle ich den auch draußen auf den Tisch, wenn ich irgendwie zwei Kochplatten brauche. Ich liebe das mit diesem Induktionskochfeld, weil das kann ich auch immer nutzen. Ich kann das bei geschlossenen Türen nutzen. Ich kann dann immer noch hier oben aufmachen und auch die Lüftung anmachen, wenn viel Wasserdampf ist. Aber ich habe halt keine offene Flamme. Und kann auch, wenn es regnet und ich alles zu habe, hier kann ich trotzdem kochen. Also es ist richtig toll. Das würde ich immer wieder so machen. Dann ist hier noch ein Fach unter der Spüle. Ja, da sind so Spülzeugsmittel und Lappen und Müllbeutel. Alles, was man sonst noch so braucht. Hinter dieser Klappe verbirgt sich meine Wasserversorgung. Und da sieht man auch den Kompressor von der Kühlschublade. Dafür habe ich in die Klappe extra so ein Lüftungsblech eingebaut. Und das sind meine beiden Kanister. Links Frischwasser, rechts Abwasser. Zwölf Liter jeweils. Und da ist der Abwasserschlauch verbaut. Und so ist der Hahn halt zu. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt meistens, wenn es geht, offen. Weil ich nutze überhaupt kein Spülmittel, sondern nur reines Wasser. Und das lasse ich dann, wenn möglich, einfach rauslaufen. Ja, hier habe ich noch einen Entlüftungsschlauch am Abwasserkanister. Und der geht bis ganz nach hinten durch. Den habe ich dort verlegt und da einfach eingeklemmt, damit da kein Regenwasser reinläuft. Dies ist eigentlich meine Außendusche. Aber die Tauchpumpe nutze ich zum Wasser auffüllen. Da habe ich so einen Gardena-Adapter dazwischen gebaut. Und hier das Gegenstück kann ich da anschrauben und das da anschließen. Und dort habe ich noch eine 12-Volt-Steckdose. Da kommt dann der 12-Volt-Stecker von der Tauchpumpe dran. Und dann nutze ich entweder meine Falschüssel oder auch tatsächlich diese 8-Liter-Flaschen. Da passt die Tauchpumpe rein. Dann kann ich mein Wasser ganz einfach auffüllen. Das ist wirklich sehr praktisch und geht relativ schnell. Und gleichzeitig ist mein Duschkopf, den kann ich da dran klicken. Und hier gibt es noch so einen Haken extra, den kann ich dann da einhängen. Und hier habe ich hinten auch noch eine 12-Volt-Steckdose mit einem Schalter verbaut. Und dann kann ich hier einfach duschen. Das ist sehr praktisch. Und hier habe ich halt meine Gewürze. Das habe ich ja auch schon mal in einem Video gezeigt. Das ist ein Fundstück vom Strand in Amrum, wo ich eine Zeit gelebt habe. Ja, und hier sind auch Lampen unter, sodass ich hier immer ganz gut Licht habe. Und diese Schränke hier oben, die liebe ich auch. Das habe ich wirklich mit der Stichsäge ausgesägt. Oh Gott, das war ein Akt. Und habe da hinter Plexiglas dann draufgeklebt, auf die Rückseite von der Tür. Ja, diese Verschlüsse kommen auch aus dem Yachtbereich. Die eigentlich so dafür sind, eine Tür festzuhalten. Aber ich habe das etwas umfunktioniert. Ja, und hier in diesem Schrank habe ich mein Geschirr drin. Das ist eigentlich auch alles, was ich habe. Ja, und hier habe ich eigentlich immer noch ein bisschen Proviant drin, was ich so brauche. Ja, und diese Seite hier. Hier habe ich auch noch immer Lebensmittel drin, was ich gerade so habe. Mein Obst oder Salat, was immer. Oder Gemüse. Das kommt immer alles hier rein. Und hier drin passen genau 8, 1,5 Liter Wasserflaschen rein. Ja, das ist sehr praktisch mit diesem tiefen Fach. Und hier ist auch noch Proviant drin. Und hier, hier habe ich so meine Laptopkabel und meine Notizbücher, was ich gerade so alles zum Schreiben immer brauche. Ja, hier ist eher meine Deko-Ecke. Nein, hier ist meine Klangschale und ach so, was mir lieb und heilig ist. Und hier habe ich noch meine GBL-Box. Oh, das liebe ich auch. Da habe ich extra hier noch so dazwischen so ein Loch reingesägt, damit der Klang sich besser verteilt. Ja, ich liebe Musik. Und da oben sind noch so Kleinkramfächer. Und da habe ich halt auch noch so kleine Türchen reingebaut, weil irgendwie sieht es ja auch immer nicht so schön aus, wenn man da so viel Krempel drin hat. Diese Fächer hier halt, ja, das werde ich auch im Ausbau-Video nochmal zeigen, wie wir das gebaut haben. Das war ein unglaublicher Aufwand, aber das Ergebnis ist irgendwie so eine Freude. Und ich gucke das so gern an und freue mich da eigentlich jeden Tag irgendwie drüber. Ja, und hier ist sozusagen mein Badezimmer. Da ist mein Shampoo und Zahnbürste und alles drin und eine Bürste. Und dann auch noch, was weiß ich, Pflaster und Kleinkram und eine Stirnlampe und alles, was man noch so an Kleinigkeiten hat. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal alle Polster rausgenommen, dann sieht man das besser. Ja, und ich habe diese ganzen Schlitze hier, die habe ich ausgefräst. Also das kann man bestimmt einfacher machen, das war eine wahnsinnige Arbeit. Ja, da habe ich ziemlich viel Stauraum in den Kisten. In dieser Kiste hier habe ich meine ganzen Schuhe, viel zu viele. Ich brauche die alle überhaupt nicht. Hier habe ich ja meine Auszüge fürs Bett. Das kann ich vielleicht auch nochmal zeigen. Die habe ich auch erst im Nachhinein gebaut. Und habe hier auch so eine UU-Alu-Schiene verbaut. Die habe ich dann mit Filz verklebt, damit das nicht so kratzt. Man kann das hier ausklappen. Hier habe ich auch solche Scharniere einfach genutzt. Dann kann ich das hier, ups, die Beine ausklappen. Da habe ich solche Winkel dran geschraubt. Und das wird dann da einfach so eingehängt. Ja. Und das hält total gut. Ist echt super. Also es war halt eine nachträgliche Idee, weil erst hatte ich das gar nicht so geplant. Und da habe ich immer überlegt, wie kann ich mir denn ein Bett auszubauen. Und so ist das. Und das habe ich halt für jede Kiste. Und es ist total stabil. Und, ach so, das kann ich ja auch nochmal zeigen. Genau, das hier ist nämlich gleichzeitig. Oh Gott, das war auch so irre. Das habe ich im Nachhinein erst entdeckt. Ich habe mir gedacht, oh, ich würde hier so gern irgendwie sitzen können. Und so halt hier aufs Meer schauen oder wo immer ich denn gerade bin. Und dann habe ich mir überlegt, kann ich die nicht irgendwie benutzen. Und dann fand ich das so witzig, weil mit diesen Winkeln hier, hier sind solche Löcher. Ja, und dann passt das da eigentlich fast genau rein, dass das dann da auch so ein bisschen, ja, wenn ich das da so einraste, so ein bisschen stabiler ist. Und da musste ich die halt nur ein bisschen anpassen. Das musste ich dann da mal so wegflexen. Oh ja, meine ersten Flexversuche. Metall ist ja nicht so meins, aber so nach und nach habe ich mich da auch drin getraut. Und dann dachte ich ja, irgendwie muss ich ja noch Beine haben. Und dann sieht man hier, das sind so eine Einschraubmuttern, die habe ich da reingemacht. Und dann habe ich hier so einen Buchengrundholzstab genommen. Und das hier ist so, eigentlich ist das für so eine Gardinen, so eine Gardinenstangenhalterung. Und da war netterweise ein Loch drin. Und dann habe ich da nämlich so eine Stockschraube reingeschraubt in den Buchenstab. Ich dachte, es braucht ein bisschen Halt, wenn ich kann, das reicht sonst nicht. Wenn ich nur den Buchenstab da reingeschraubt hätte, so ist es halt ein bisschen stabiler. Und dann kann ich die da reindrehen. Und ich habe halt vier gemacht, weil ich kann das andere, kann ich hier, kann ich dann entsprechend da auf die rechte Seite auch reinbauen. Und dann kann man hier auch zu zweit sitzen. Und ich habe im Nachhinein das auch an meinem Tisch noch solche Einschraubmuttern reingemacht, dass ich den Tisch auch mit den Beinen nach draußen stellen kann, wenn ich den nicht irgendwo einhenge. Ja, und da kommt dann mein Polster drauf oder die beiden Polster, die ich sonst halt hier dran habe. Die passen, winzigerweise auch zufällig, so ein bisschen spittelig aus, aber es hält, hat sich bewährt. Und hier in die Stange kann ich dann halt meinen Tisch einhängen. Ja, dann sieht das so aus. Das ist wirklich sehr nett, wenn ich mich da hinsetze. Oh, herrlich. Ja, und hier in meiner Schuhkiste, da sieht man auch, da kommt das von der Standheizung, dieses Auslassrohr. Also unter dieser Verkleidung ist so ein Schalldämpfer. Das Auslassrohr da drunter, das habe ich halt auch verkleidet. Und da ist der erste Auslass. Das ist dann der zweite Auslass. Ja, und die nächste Kiste, oh Gott, hier wird es, glaube ich, ziemlich rumpelig. Ja, hier ist noch mein Gaskocher, mein Akkuschrauber, so ein Mini-Akkuschrauber und alles Mögliche, was man so vielleicht braucht. Ja, und hier in dieser Kiste, da habe ich auch noch Proviant und, genau, Toilettenpapier, Haushaltspapier, ein paar Beutel. Hier sind meine ganz großen, tiefen Kisten. Hier ist meine Trockentrenntoilette. Oh, ich finde mein Deckel so schön mit diesem eingelassenen, das habe ich auch ausgefräst. Das finde ich irgendwie total toll. Und das ist Akazienholz. Das ist gar, ich glaube, 18 Millimeter dick. Aber das war natürlich viel zu schwer. Und da habe ich das hier auch alles ausgefräst und nur so einen Rand stehen lassen, damit das da halt hier nicht, dass es da halt fest ist. Genau, und hier ist, das habe ich halt auch selber gebaut, nur diesen Einsatz, den habe ich gekauft. Ja, diese ist die Kiste für meine Trockentrenntoilette und da habe ich so einen Zwischenboden eingebaut und hier ein tieferes Fach, wo dann der Pipikanister reinkommt. Und den habe ich auch wirklich teuer gekauft, weil der so ein Spezialmaß hatte, damit der hier reinpasst, weil der halt von den Maßen viel höher ist. Und in das Zwischenfach, da kommt dann so ein einfacher, billiger Eimer, den ich genommen habe. Und da mache ich eine Tüte noch rein und dann kommt da irgendwie ein Kleinscherstreu oder Katzenstreu oder was immer ich gerade finde oder bekomme, kommt dann da rein. Und diese Kiste ist meine Bettkiste. Die ist ganz tief. Ich räume das da mal raus, dann sieht man das besser. Dahinter meiner Fassverkleidung, da ist die eine Batterie. Achso, und ich habe überall diese Druckdämpfer verbaut. Also das ist einfach sehr praktisch. Das ist einfach sehr praktisch. Und was ich auch, was ich total toll finde, ist dieser kleine, mein kleiner Tresen, so nenne ich das immer. Da ist mein Büro drin, da habe ich halt alle so Bürosachen drin. Und das war auch eine tolle Sache, das auszubauen und wirklich so für meine Bedürfnisse mit so Trennfächern. Ja, da ist auch noch hier eine USB-Steckdose, eine Doppelsteckdose drin. Da ist noch ein Dimmer für das Deckenlicht drin. Und hier, da ist das Bedienpanel von der Standheizung. Das kann ich dann auch blind im Bett liegen. Dann mache ich die Klappe ein bisschen hoch und drücke da auf dieses kleine Licht, auf den Knopf und dann geht die Heizung an. Und dann muss ich mich überhaupt nicht aus meinem Bett raus bewegen, wenn es kalt ist. Und dann bleibe ich so lange im Bett, bis es warm ist hier drin und dann stehe ich erst auf. Das dauert nur ein paar Minuten in diesem kleinen Raum. Hier ist eine besondere Idee zum Tragen gekommen. Ich habe die Motorradlederhose von einem lieben Freund hier verbaut. Die ist hier nochmal zu Ehren gekommen. Als Verkleidung fand ich schöner, als es mit Filz zu verkleiden. Ja, und hier ist sozusagen mein Kleiderschrank. Das ist ein großes Fach über dem Fahrerraum, den ich da drüber gebaut habe. Hier habe ich auch einen Spiegel in der Klappe drin. Licht habe ich mit eingebaut, das automatisch angeht, wenn ich die Klappe aufmache. Und ja, da dieses Fach ganz weit nach vorne geht, das ist also sehr, sehr tief, habe ich mir halt so Aufbewahrungstaschen gekauft. Und wo ich meine Klamotten reinpacke, so kann ich halt besser Sachen wiederfinden. Und dann habe ich hier auch noch eine Garderobe, sozusagen zwischen diesen beiden Vorhängen. Da habe ich halt noch ein paar Sachen hängen. Das ist ja sehr praktisch. Die kommen auch von draußen da dran. Achso, und diese Lampen sind halt auch total praktisch hier. Die kann ich auch noch draußen machen. Das ist irgendwie sehr nett, wenn ich draußen koche, dann habe ich draußen Licht. Die kann man halt überall hinten bewegen, wie man sie braucht. Und die haben hier einen Touchschalter, und der gleichzeitig auch ein Dimmer ist. Ja, und vielleicht so generell noch zu den Möbeln. Das hat auch mal jemand gefragt, was ich da für Holz verbaut habe. Also diese Fronten, die man wirklich so sieht, diese hellen Fronten, die sind alle aus Kiefernsperrholz, genauso wie diese Dachplatte. Genau, da kann ich vielleicht auch noch mal zu sagen, das ist auch 4 Millimeter Kiefernsperrholz. Und da habe ich halt Nuten reingefräst. Die Nuten sind 2 Millimeter. Das hatte halt den Vorteil, dass ich das dann noch viel besser biegen ließ. Und dann habe ich die Nuten gefüllt mit braunen Sikaflex. Ich finde, es sieht mega cool aus. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Das ist auch Kiefernsperrholz. Das ist hier, glaube ich, 6 Millimeter. Diese Front hier. Und auch diese Türen hier. Und das habe ich alles mit Hartwachsöl behandelt. Alle braunen Oberflächen, die habe ich gebeizt, dann auch schön nochmal geschliffen. Und dann habe ich das mit Yachtlack lackiert. Und diese Platten, das ist eine Akazienholzplatte aus dem Baumarkt. Die sind auch nicht so teuer. Die habe ich sehr geschliffen und dann auch mit Hartwachsöl behandelt. Hier habe ich dann diesen Ausschnitt, da habe ich mir dieses Brett gebaut, weil ich das gerne zuhaben wollte. An der Arbeitsplatte habe ich noch Kupferrohre angebracht, mit Buchenrundstäben, die ich in die Arbeitsplatte gestraubt habe. Und da habe ich das so draufgehämmert, teilweise verschraubt, wenn es nicht fest genug war. Und da kann ich halt Handtücher aufhängen, aber ich kann eben auch meine Tischplatte da einhängen. Und an beiden Türen habe ich die auch. Die Türen habe ich mit 4 mm Kiefernsperrholz verkleidet, auch gebeizt und lackiert. Und ansonsten habe ich die Türen mit Filz bezogen. Und den Griff hier an dieser Tür, den habe ich auch aus einem Fundstück von der Elbe, einfach ein Stück Ast gebaut und da dran geschraubt an die Platte. Ja, und für alle tragenden Konstruktionen habe ich Lattenholz verwendet und Birke Multiplex Platten, weil die einfach stabiler sind, in 12 oder 15 mm Dicke. Und da sieht man halt meinen Tisch, der ist hinter der Sitzlehne vom Fahrersitz verstaut. Der ist halt auch aus Akazienholz. Am Anfang hatte ich, zuerst hatte ich den halt massiv und der war echt schwer. Und dann habe ich irgendwann das hier alles ausgefräst, um das ein bisschen leichter zu machen. Und ich habe das Filz, habe ich da halt nur draufgeklebt, weil es nicht so ganz toll einfach war, das da glatt zu schleifen. Das hat mein Auge gestört. Und den finde ich auch echt wunderschön. Also das war auch, da wäre ich alleine, glaube ich, nicht draufgekommen. Das ist auch in einer Inspirationssitzung mit meinem Mann entstanden. Der meinte, das reicht halt ein, so ein Halter. Ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen. Ja, und ich habe hier halt diese, das sind so für so eine Gardinenstange, die Halterungen. Genau, und dann habe ich hier eine Nut reingefräst, dass die so, genau. Und da ist, die Nut ist halt das Gegenstück dazu, dass das da genau reinpasst. Ja, das war auch ein ganz schöner Akt, das irgendwie alles zu fräsen, wenn man so gar keine Ahnung vom Fräsen hat. Aber ich finde es irgendwie auch so schön geworden. Schön geschliffen und rund gemacht. Genau, das ist mit so einer Einhandfräse. Das fand ich auch toll, alles rumzumachen. Ja, und dann kann man das da ganz leicht reinschieben. Das geht irgendwie mega cool. Und das ist mein Tisch. Und den kann ich jetzt hier halt überall einhängen, egal wo. Sei es hier. Und das kann ich halt immer entsprechend verschieben. Was ich auch toll finde, wenn ich hier meine Tastatur drauflege, ist mir das ja eigentlich viel zu hoch. Dann kann ich das halt so ein bisschen abklappen. Und der ist halt ganz schnell wieder weggepackt. Einfach das rausmachen. Und da hinter dem Polster hinter dem Sitz verschwinden lassen. Schwupp, weg ist er. Ja, Prost. Ja, und hier steht mein Mülleimer. Ich finde es einfach so toll. Den kann man überall einhängen hier. Das ist sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Und dahinter habe ich so einen Trigasalarm. Da ist auch noch mein Feuerlöscher verborgen. Da ist auch der Hauptschalter. Damit komme ich auch zu meinem Elektro-Setup. Hier in der Bettkiste hinter der Verkleidung, da befindet sich die eine Batterie der beiden Lithium-Batterien. Und in der Trockentrenntoilettenkiste hinter dieser ziemlich aufwendigen Verkleidung ist das Herzstück meiner gesamten Elektrik. Da ist eine weitere Lithium-Batterie von 125 Amperestunden. Und dort habe ich so Verteilerschienen, um alle Anschlüsse wirklich gut unterzubringen. Da ist der Votronic Ladebooster. Hier habe ich einen 12-Volt-Verteilerkasten. Und das ist der Victron Solarladeregler. Ich habe nämlich ein Solarpanel auf dem Dach. Dafür habe ich mir extra aus Aluprofilen, aus Bosch-Profilen, einen Dachträger gebaut, um mein Solarpanel daran befestigen zu können. Hier sind meine Bedienpanels untergebracht. Schalterleiste für Lichtschalter, hier für die Küchenzeile, ein Voltmeter ist dabei. Und hinter der Tür, dort ist auch ein zweiter Verteilerkasten. Ja, sieht ein bisschen wild aus, aber ich habe mir auch einen Schaltplan gemacht. Der ist zwar nicht ganz fertig geworden, weil ich die Elektrik ganz zuletzt gemacht habe. Aber hier kann ich zumindest ein bisschen auch nachschauen, was wo verbaut ist. Hinter diesem Türchen versteckt, befindet sich noch ein Verteilerkasten für die Bettseite. Hier ist die Fernbedienung für meinen Wechselrichter. Ich habe einen 2000 Watt Wechselrichter für 230 Volt. Der ist hier unter dem Beifahrersitz verbaut. Und der ist so hier gebaut, dass er direkt neben der Trockentrenntoilettenkiste ist und die Wege für die Leitung sehr kurz sind. Und die Ausgangsleitungen gehen dann erstmal in diesen Sicherungskasten mit einem FI- und Leitungsschutzschalter, bevor es dann weitergeht zu meinen Steckdosen, die ich hier verbaut habe. Hier einmal und für die Küchenzeile ist noch eine weitere. Und ich kann auch einen Landanschluss nutzen. Ich habe hier so einen DEFA Mini-Plug ganz unauffällig in die Stoßstange verbaut. Da gibt es extra diesen Anschluss dafür, den man dann einfach in eine Steckdose stecken kann. Und hier geht das dann weiter. Der Stromeingang sozusagen. Und da ist auch noch ein kombinierter FI- und Leitungsschutzschalter verbaut. Ja, zur Elektrik muss ich vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren. Das war für mich die größte Herausforderung. Und den größten Teil der Elektrik, vor allem die 230-Volt-Elektrik und das mit dem Solarpanel, das habe ich sehr, sehr lange vor mir hergeschoben. Und ich habe immer danach gesucht, wer das für mich machen kann. Und habe aber irgendwie nie jemanden gefunden. Ja, ich wusste irgendwann, oh, ich muss mir das auch noch reinziehen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Weil ich muss dazu sagen, ich begreife einfach elektrik nicht. Ich begreife Strom nicht. Ich habe das irgendwie noch nie kapiert. Und dann wollte ich hier die Elektrik einbauen. Ja, das war eine große Challenge für mich. Ich habe mich da sehr intensiv mit befasst. Mich da ab zig Videos geguckt. Ich habe mich an allen Ecken und Enden schlau gemacht. Ja, halbes kleines Elektrikstudium absolviert. Und habe das tatsächlich alles, alles wirklich selbst eingebaut und selbst zusammengestellt. Ich habe einen Freund, der ist Elektriker. Den habe ich mal zwischendurch im Rad gefragt. Aber ansonsten habe ich das wirklich alles selber gemacht. Ich möchte das überhaupt niemandem empfehlen. Und auch, wenn ich nochmal ein Ausbau-Video mache, ich werde das nicht als Anleitung machen, dass andere das nachmachen können. Weil ich weiß, das ist eine heikle Sache. Und ich weiß, dass viele auch, wenn sie auch meinen Schaltplan sehen, wenn jemand vom Fach ist, schlägt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Aber das war einfach für mich nur, dass ich einen Überblick habe, wo was wie verschaltet und verdrahtet und verbaut ist. Ja, das war eine ganz große Herausforderung. Aber ich habe sie gemeistert. Und es funktioniert alles. Ja. Das wollte ich einfach nochmal zu Elektrik sagen. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe es immer noch nicht kapiert, wie Elektrik und wie Strom funktioniert. Aber es funktioniert. Und vielleicht muss ich das auf Verstandesebene irgendwie nicht kapieren. Ja, ich zeige euch gerne mal, wie ich mein Bett aufbaue. Mal gucken, ob man auf diesem kleinen Raum so mit Film geht. Ich werde es mal versuchen. Also was ich als erstes mache, erstmal kommen die Kissen mal kurz beiseite. Und dann mache ich die Auszüge raus. Also ich nehme nur hier vorne diesen hier. Und das Schöne ist, ich kann das halt auch alles machen, wenn es draußen regnet. Also ich kann die Türen zu haben und das geht halt jederzeit, ohne dass ich das von außen machen muss. Also ich kann das alles von innen machen. Das schiebe ich ein bisschen nach da. Ja, dann kommt hier dieses lange Polster, kommt da hin. Und was ich dann mache, ich nutze halt diese Decke, weil ja überall hier so eine Ritzen sind, und auch als Schutz für das Polster oder für die Polster. Also inzwischen habe ich ja schon ein bisschen Routine. Das geht halt total gut. Auch ganz heimlich im Dunkeln irgendwo in der Stadt. Nee, beziehungsweise ich kann ja die Gardinen alle zumachen und trotzdem Licht anmachen. Oh, es ist so gemütlich dann hier drin. Und dann ist es mir egal, ob ich mitten in Lissabon oder Hamburg oder sonst wo stehe. Oder in Porto habe ich halt zwischen parkenden Autos an der Straße übernachtet, weil es schon dunkel war und ich keinen Platz mehr gefunden habe und nicht wusste, wohin. So, und dann kommt meine große Kiste ins Spiel. Und dann habe ich hier so ein einfaches Spannbettlaken. Dann kommt noch meine Bettdecke hier raus. Klappe zu. Und dann packe ich mir die Kissen hier in. Und das ist so toll, hier mit der Lehne vom Fahrersitz. Ist halt total gemütlich. Da kann man sich wunderbar anlehnen. Und dann habe ich hier das gemütlichste Bett auf Erden und kann morgens als erstes die Tür aufmachen und habe diesen wunderschönen Blick. Herrlich ist es. Ich liebe das. Ich kann hier so wunderbar schlafen. Was euch bestimmt auch interessiert, sind die Kosten für den Ausbau. Also erstmal, der Anschaffungspreis lag bei knapp 6.300 Euro. Und für den Ausbau habe ich tatsächlich fast 12.400 Euro bezahlt. Und man kann das bestimmt sehr, sehr viel günstiger machen. Aber es sollte mein Zuhause werden und insofern habe ich das investiert. Davon war der Hauptanteil für Elektrik und Standheizung. Ja, also insgesamt Gesamtkosten für dieses Auto, so wie es hier steht, bei 18.600 Euro. Was vielleicht auch noch von Interesse ist, ich habe keine Wohnmobilzulassung, aber ich habe eine Zulassung als Sonder-Kfz-Campingfahrzeug. Da habe ich vorher noch nie was von gehört. Und ich war bei einem Prüftermin, weil ich wollte die Rücksitzbank austragen lassen. Und der Prüfingenieur hat mir das vorgeschlagen. Er war von der DEKRA und er meinte, die DEKRA hat diese Möglichkeit ins Leben gerufen für all die kleinen Ausbauten, die die Voraussetzungen für eine Wohnmobilzulassung nicht erfüllen. Und bei der Versicherung wird es genauso gehandhabt wie eine Wohnmobilzulassung. Fand ich sehr spannend. Und auch steuerlich ist es sehr, sehr günstig. Ja, das ist vielleicht noch mal ein Tipp. Aber er meinte auch, die meisten TÜV-Prüfer wissen davon gar nichts. Also Sonder-Kfz-Campingfahrzeug. Wenn ihr Fragen habt, weil ich habe bestimmt nicht an alles gedacht, dann stellt sie gern in den Kommentaren. Ich werde demnächst noch mal ein Frage und Antwort, also ein Q&A-Video machen und wahrscheinlich auch noch mal ein Ausbau-Video und dann kann ich eure Fragen da auch noch beantworten. und dann geht es nicht an alles. Und dann geht es nicht an alles. Vielen Dank.